hallo leute es ist mal wieder vlog zeit ich habe euch ein bisschen was zu erzählen natürlich erst mal mache ich aber mein handy auf lautlos wie sieht das aus immer vergisst man es fangen wir an mit den mic stuff sachen mic stuff ja ich erzähle euch ja immer ein bisschen wie es mir gerade so geht weiß nicht ob es euch überhaupt interessiert aber für den den es interessiert ich bin momentan wieder ein bisschen mehr auf dem weg zur besserung aber diese blindarm geschichte dass es gab immer noch mal wieder ein bisschen beschwerden das ist jetzt fast gut sage ich mal ich glaube das habe ich letztes mal schon gesagt aber es ist jetzt wirklich so dass ich sagt okay da ist doch alles in ordnung soweit merke eigentlich nicht mehr ganz so viel an problemen dann ein bisschen länger gedauert bei der ganzen heilung war auch eine ziemlich heftige geschichte ernährungstechnisch läuft das auch eigentlich wieder in relativ geregelten bahnen also es läuft auf einmal wieder besser als eine zeit lang ist aber auch daran dass die ganzen fanpaket süßigkeiten inzwischen größtenteils alle verputzt sind und ich deswegen nicht mehr so viel zugang zu diesen süßigkeiten habe ich erwische mich aber immer wieder dabei dass ich mir sachen kaufen das ist echt nicht so einfach es gibt so viele leckere dinge das ist dann wirklich schwer diese ernährungs umstellung auch weiter beizubehalten ist nicht so ganz einfach läuft aber läuft also ich bin wieder auf dem weg die kurve ist wieder abflachend und das ist ja das was wir eigentlich wollen und wisst ihr also schreit mal geht's gut da war ich letzt beim netto unterwegs und da hatten sie dann plötzlich bücher liegen und das war fand ich schon sehr ungewöhnlich da bin ich dann mal hingegangen habe mal geguckt und es waren dann so preis reduzierte mängelexemplare ist es richtig rum nein natürlich nicht preis reduzierte mängelexemplare und ihr wisst ja bücher kosten normalerweise immer das was hinten draufsteht in diesem falle wären das 8,99 bei buchpreisbindung etc dürfen sie halt nicht einfach billiger machen aber manchmal ist das so so wie hier bei diesem buch da ist dann hinten so ein kratzer drauf oder die seiten sind verknickt oder hier irgendwie die seiten sind falsch geschnitten oder sonst was manchmal wird es auch absichtlich gemacht um die dann billiger verkaufen zu können ist tatsächlich so das kann also sein dass hier einer tatsächlich mit so einem ding rüber gefahren ist einfach um das zu einem mängelexemplar zu machen und dann sind die eben billiger und ich kram da so durch da fiel mir dieses buch hier in die augen max brooks world war z und ich kenne natürlich den film klar keine frage mit brad pitt kennen wahrscheinlich ganz ganz viele leute was ich aber auch wusste ist dass dieses buch ganz ganz anders ist als der film denn dieses buch dürfte an sich in dieser form wie es hier vorliegt relativ unverfilmbar sein und deswegen ist der film ganz ganz anders als dieses buch habe ich gerade schon gesagt aber es ist tatsächlich so und ich wollte unbedingt wissen wie ist das buch denn jetzt ganz genau ich wusste das buch besteht aus im prinzip berichterstattung und zwar geht es hier um zeugen berichte die hier zusammengetragen wurden wie dieser zombie outbreak halt stattfindet und das finde ich eigentlich sehr sehr cool weil im film geht das natürlich nicht da musst du einen protagonisten haben und eine autarke geschichte erzählen hier wird diese geschichte zwar auch erzählt und zwar so dass sie eine gewisse reihenfolge ergibt wie das zum ausbruch kommt und wie es dann immer schlimmer wird wie die öffentlichkeit darauf aufmerksam wird und so weiter und so fort aber hier ist das eben von verschiedenen leuten erzählt das kannst du einen film natürlich nicht machen und dementsprechend ist das durchaus interessant und ganz ganz anders als der film und als beiwerk zum film wenn man den film gut fand und kennt sogar noch viel viel cooler letzten endes ist das buch sogar besser als der film muss man auch mal sagen der film war ja noch nicht jedermanns sache behalten blockbuster zombie film aber richtig cool also ich persönlich lese das gerade und finde es ganz ganz toll und kann ich das nur empfehlen gab es jetzt bei netto für 3 euro 99 da kann man sich nicht beschweren ich habe noch ein paar andere mitgenommen die hebe ich mir aber auch für weitere vlogs damit ihr da auch noch was zu sehen weil so ein bisschen dauert das schon so buch durchzulesen ich bin jetzt unterwegs und da werde ich dann mal wieder ein bisschen lesen können wenn man alleine unterwegs ist dann liest man ja durchaus ansonsten höre ich mir den krams als hörbuch an gibt es übrigens auch als hörbuch das buch soll wohl kommen zum kinotipp guardians of the galaxy muss ich mehr sagen volume 2 kommt jetzt bald in die kinos ist natürlich eine coole sache der trailer ist wirklich unheimlich vielversprechend ich glaube das wird wieder wirklich buntes popcorn kino einfach blockbuster ganz ganz klar marvel weiß einfach wie man es richtig macht und diesmal klingt das halt äußerst interessant ich glaube die trailer haben wir noch gar nicht so wirklich viel verraten worum es exakt geht man sieht man nur so kurze sequenzen gut ist ja jetzt im letzten film so ein bisschen kaputt gegangen und da gibt es derzeit diesen kleinen gut der wird jetzt langsam wieder etwas größer und wächst langsam ansonsten sind sie halt alle wieder dabei gamora drags star lord und natürlich auch rocket und im trailer sammeln so ein paar sequenzen aber noch nicht wirklich irgendwas was was wirklich auf eine handlung schließen lässt glaube ich ehrlich gesagt habe ich bis jetzt natürlich nur die trailer gesehen aber ich glaube der film wird ein riesengroßer hit deswegen unbedingt im kino angucken definitiv guardians of the galaxy da habt ihr hundertprozentig euren spaß dran ich finde der erste teil war schon neben dr strange und winter soldier für mich einer der definitiv besten marvel film der letzten jahre und das sagt schon einiges aus also unbedingt angucken sehr sehr cool der film glaube ich zumindest wenn es so ist wie der erste und das scheint so zu sein sehr sehr cooler musik aus dem mixtape volume 2 kann das eigentlich nicht in die hose gehen der blu-ray tipp ist diesen monat ganz klar fantastische tierwesen und wo sie zu finden sind fantastic beast von jk rowling im prinzip ein prequel zu harry potter ja im harry potter kommt irgendwann dieses buch vor fantastische tierwesen und das hier dieser film erzählt die geschichte von newt skamander dem kollegen der dieses buch letzten endes geschrieben hat geht um den jungen mann hier der nach amerika reist mit einem koffer voll magischer kreaturen und außerdem geht es um eine böse kreatur oder eine böse kreatur kann man sagen die in der welt sein unwesen treibt und dabei ist im prinzip die magische welt zu offenbaren und das wollen die ganzen magier und zauberer ja nicht dann gibt es da noch den bösen zauberer grindelwald der eine gewisse rolle spielt auf jeden fall ein sehr sehr cooler film ich fand den toll ich freue mich auf die weiteren filme soll es dann immer fünf stück geben am ende ist eine coole geschichte macht auf jeden fall viel spaß und sieht auch einfach atemberaubend aus also das ding macht richtig richtig laune ihr habt hier wirklich coole charaktere naja wird ein bisschen verschoben und dann dann haben sie hier den den comic relief den kowalski der einfach nur lustig ist und der ja und niffler natürlich klar keine frage niffler ihr liebt alle niffler niffler ist toll was soll ich dazu mehr sagen fans werden das ding sowieso schon abfeiern und ganz ganz toll finden und leute die davon noch nichts wissen schaut euch das ding an ihr könnt ihn auch gut finden ohne ahnung von harry potter zu haben das funktioniert ihr müsst die harry potter filme nicht gesehen haben dann könnt ihr trotzdem euren spaß mit haben ich denke das ist auf jeden fall was richtig tolles ich stehe auf die harry potter filme ich stehe auf alles was von jk rowling kommt deswegen ganz klare blu ray empfehlung fantastische tierwesen und wo sie zu finden sind unbedingt angucken der heutige serien tipp ist tatsächlich ein klassiker unter den serien ich habe mal keine neue serie für euch sondern wirklich eine alte serie wenn ihr sons of anarchy gut fandet dann wird das auch was für euch sein hier geht es um die mafia ist ja bei sons of anarchy ähnlich da geht es halt um motorrad club aber die funktionieren sehr ähnlich wie eine mafia wer da scheiße baut der wird umgebracht und so weiter und so fort und hier ist das ganz genauso es geht um diesen mann hier tony soprano gespielt vom großartigen leider inzwischen verstorbenen james gandolfini eine grandiose tolle serie die über ich weiß gar nicht wie viele staffeln staffel 6 das ist die letzte staffel davon gibt es zwei parts man kriegt diese box inzwischen relativ günstig das ist jetzt nur ein teil aber man kann auch die gesamtausgabe relativ günstig und es ist eine großartige serie mit viel gewalt über die mafia in amerika es geht uns ums fbi das versuchte zu kriegen darum dann immer die renke spiele innerhalb der gruppe tony und seine schergen und tonis familie auch ganz ganz toll also ist eine drama serie grandios dabei zu erwähnen definitiv die mutter von tony und sein onkel also ganz ganz klar unbedingt anschauen ist eine ganz ganz tolle serie und die könnt ihr zusammen wirklich durch bingen ihr werdet da spaß haben gibt dem ganzen ein bisschen eine chance weil die ersten paar folgen waren als mini serie geplant und sind vom stil ja noch ein ganz ganz bisschen anders als die spätere serie das heißt also ihr habt irgendwie so 56 folgen die euch vielleicht noch nicht ganz so gefallen aber danach wird es dann richtig 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 genial wenn es dann wirklich zur serie kommt also unbedingt mal angucken die sopranos könnt ihr nichts bei falsch machen macht richtig laune kommen wir zu den shopnews soweit sind wir schon ich habe diesmal keine netflix tipps für euch irgendwie war jetzt nichts dabei was ich jetzt so großartig fand dass ich es euch sagen muss was ich aber sagen kann ist im blizzard store im gear store von blizzard halt das nennt sich so gab es jetzt einen riesengroßen sale und ich habe da dick und fährt eingekauft und ich möchte euch ein paar von den sachen zumindest ganz ganz kurz mal zeigen auch die preise nennen die es da gab das ganze hat mich 18 dollar versand gekostet und es kann sein dass über fährt ex jetzt im nachhinein noch zoll drauf kommt beziehungsweise ein vorumsatzsteuer das weiß ich jetzt noch nicht genau aber die figuren an sich waren schon insgesamt sehr sehr günstig schaut mal das sind die heroes of the storm neka figuren ja von arthas habe ich hier eine ich habe auch noch eine von tyra hier wenn euch das mal anschauen wollt diese figuren die werden normalerweise so im handel um die 20 euro liegen ich habe für diese figur bezahlt 5,50 dollar klar inklusive versand kam natürlich noch drauf und es kann sein dass noch zoll drauf kommt die haben sie auch noch im shop sogar ein paar davon so wie ich das richtig verstanden habe es gibt auch noch ein paar andere es gibt auch noch wie ihr seht hier den tyraille der müsste auch noch da sein den stitches den kriegt man auch der ist ein bisschen teurer weil er etwas größer ist eine nova ist dann noch und ein lidan und die kann man auch noch in den shop kriegen für 5,50 euro beziehungsweise 5,50 dollar versand natürlich oben drauf gerechnet wenn ihr dafür 50 euro bestellt dann dann habt ihr irgendwie fünf sechs sieben sachen und das ist doch schon ziemlich cool finde ich sehr geil die figur auf jeden fall gegönnt werde ich aber wahrscheinlich auch eingepackt lassen ich hatte erst überlegt packst du sie aus machst du ein review aber die kann man nicht auspacken ohne dass man die verpackung komplett zerstört und das wäre dann echt schade aber ich glaube ich lasse den lieber eingepackt des weiteren habe ich mir dann noch gekauft zwei von den plüschfiguren ja und zwar ist das einmal der windrider pub den wir hier haben ihr seht schon mit seinen flügelchen kennt ihr da reitet ihr drauf wenn ihr horde seid dann ist das euer viech zum fliegen alles dabei was man braucht und diese dinger kostet normalerweise 35 euro es gibt dazu immer noch ein ein in game code für dieses viech als als pet da hat das dann auch dieses rote symbol um die brust und der ist auch mit dabei tatsächlich und das ganze wird in einem kleinen säckchen geliefert damit man den auch wieder weg packen kann wenn er nicht einstauben soll aber mir steht er jetzt im regal und der finde also ich finde den einfach zuckersüß guckt euch den an sieht toll aus und normal kosten die wie gesagt so 35 euro ich habe für den jetzt bezahlt 650 müsst ihr euch mal rein pfeifen 650 für ein plüsch in dieser größenordnung da kann man definitiv nichts falsch machen auch ein richtig geiles teil und den muss ich euch auch unbedingt zeigen weil das ding habe ich gleich richtig abgefeiert ich schau das mal auf an ich weiß noch nicht ob es funktioniert macht es ein bisschen aber ein bisschen mit dem kopf das ist cute but deadly das ist ja normalerweise eine reihe wo blizzard so kleine figuren rausbringt in blindboxen deswegen gibt es den hier trotzdem unter diesem titel und es ist ja ihr seht schon das ist ein head knocker sozusagen der funktioniert mit solar das heißt also wenn da genug licht drauf scheint dann fangt der kopf an und das ist ein baby murloc und ich finde ja ich komme da nicht drum herum solche niedlichen dinger finde ich einfach toll und der sieht echt grandios aus schaut euch das an murloc solar bubble body nennt sich das ganze ach du schande ja und der war auch vorher richtig teuer ich glaube der sollte irgendwie fast 30 euro kosten den habe ich jetzt auch für lass mich lügen 8 dollar dieses teil hammer geil ich feiere den und ich freue mich total dass ich ihn habe coole sachen im blizzard store einfach mal vorbeischauen und wenn ihr glück habt kriegt ja noch ein paar sachen vieles ist schon ausverkauft franko pops habe ich da auch gekauft gab es dann irgendwie für 2,50 dollar den franko pop da habe ich zum beispiel jetzt den normalen terror ale gekauft den diablo und sylvanas und illidan stehen auch noch im regal also ist aber schon fast alles ausverkauft muss man jetzt dazu sagen ihr seid ein bisschen spät dran wenn ihr es bis jetzt noch nicht mitgekriegt habt solltet ihr aber trotzdem mal vorbeischauen ein paar sachen gibt es noch auch andere sein die haben coole t-shirts für 7 dollar da kann man definitiv einen schnapper machen das ist der clearance sale findet man ganz leicht wenn man auf die gear store seite von blizzard geht also da definitiv mal einkaufen ich habe letzt schon eine kurze show darüber gemacht aber ich will sie euch heute trotzdem noch mal zeigen weil das einfach mein eigenes persönliches baby ist hier das t-shirt das habt ihr vielleicht schon gesehen wenn ihr meine sendung verfolgt ansonsten seht ihr es jetzt hier noch mal das ist der grey hunter und das ist eins von den t-shirts die man bei whatsapp johnny kaufen kann die ich gemacht habe ihr trefft den auf diversen conventions ich blende euch vielleicht mal kurz den convention farblein ein das sind die conventions wo whatsapp johnny zu sehen sein wird schon eine ganze menge und da könnt ihr auch und meine t-shirts kaufen ganz ganz klar also hin da und kauft t-shirts oder ansonsten im online store da gibt es sie nämlich auch definitiv eine coole sache ich feiere das ich finde das total toll dass leute mit t-shirts von mir rumlaufen und deswegen gerne noch ein paar mehr davon kaufen für die comic con in linz habe ich auch ein t-shirt gemacht das ist gerade bei mir in der wäsche deswegen kann ich euch das nicht zeigen aber ich kann euch zumindest das motiv zeigen das seht ihr nämlich hier zwar ist das hier auf dieser postkarte ein wenig detaillierter ich habe ein bisschen mehr farbverläufe drin als auf dem t-shirt aber das motiv ist dasselbe das coole war wir hatten eine relativ kleine auflage und ich habe das t-shirt zusammen gemacht mit den jungs hier mighty underground und zusammen auch mit whatsapp johnny ein stück weit weil der hat die nachher am ende verkauft hat dafür auch ein t-shirt für sich selber bekommen ich selber habe auch eins bekommen und wir hatten zum ende hin am zweiten tag schon gar keine mehr übrig die waren am ersten tag alle soweit fast restlos ausverkauft das heißt leute die am sonntag kam die konnten keins mehr kriegen es tut mir sehr leid auf jeden fall habe ich eins bis ganz zum schluss aufbewahrt und ja bin dann am sonntag mit diesem t-shirt und dieser karte bewaffnet zu den stars gegangen und zwar war ja michael kadlitz anwesend und der ist ja nun technisch gesehen hier auf diesem motiv ein stück weit mit verewigt und habe zur security gesagt leute pass mal auf ich habe hier was für den für den herrn kadlitz darf ich darf ich dem das überreichen und dann haben die gesagt ja komm rum der manager hat gesagt ja logisch kommt vorbei dann gab es einen kleinen handshake ich habe mich ihm kurz vorgestellt und gesagt dass ich mich sehr freue ihn zu treffen und durfte dann tatsächlich michael kadlitz mein t-shirt in die hand rücken das ich ihm dann sozusagen geschenkt hatte das fand er ganz ganz toll hatte vorher auch schon ein paar davon gesehen weil es gab leute die haben sich das signieren lassen von ihm und er meinte dann auch schon das hat er schon ein paar mal gesehen jetzt und er findet das super und er wollte ganz gern sowieso wissen wo es her kommt und deswegen fand er das ganz toll und hat sich sehr gefreut das zu bekommen ich hoffe er hat es auch mitgenommen man weiß das ja mal nicht aber dafür hat er mir dann zum einen ein autogramm mitgegeben das hat er mir dann einfach mal geschenkt ihr seht das hier ein original autogramm von michael kadlitz wenn ihr das entziffern könnt dass hier oben dürfte michael heißen was steht da ich kann es nicht entziffern schaut es euch mal an das wird seine unterschrift sein und da hat er nur ein kleines was auch immer gemalt auf jeden fall keine ahnung was das sein soll ich weiß es nicht keine ahnung wenn ihr das raus findet sagt mir das gerne was das bedeuten kann ist da irgendwelche kryptologen unter euch ich habe auch nicht mehr nachgefragt muss ganz ehrlich sagen das hat er mir geschenkt und dann hat er gesagt wenn du noch so eine karte auftreiben kannst dann gib mir die mal und da ich ja die karten auch mit produziert habe und wir da irgendwie tausend stück von haben und da gibt es auch noch ganz ganz viele von also könnt ihr auch gerne eine haben wenn ihr einen haben wollt diese hier kriegt ja allerdings nicht denn michael kadlitz hat tatsächlich auch diese karte von mir unterschrieben mit seiner unterschrift und den worten suck my nuts das ding habe ich schon mal richtig gefeiert ja das feiere ich fast noch mehr als das saukohle autogramm hammer cool geil danke michael wirklich echt danke also ich bin ich immer noch geplättet deswegen dass er das gemacht hat und das war halt einfach gratis und die leute haben richtig viel geld für bezahlt gut er dafür ein t-shirt geschenkt bekommen muss man ja auch mal dazu sagen das war auf jeden fall ein cooles erlebnis auf der comic con in linz definitiv kommen wir zu den convention news ich habe ja eben schon ein bisschen was erzählt und habe hier meine tolle geschichte erzählt von michael kadlitz linz war ja an sich sowieso ganz ganz cool es war nicht so sonderlich voll und wie ich das verstanden habe haben die meisten händler sich auch relativ stark beschwert dass sie nicht so wahnsinnig viel umsatz gemacht haben das lag zum einen aber auch daran dass es da prinzipiell eigentlich fast nur comics gehabt und fast nur funko pops ansonsten kaum etwas und die stände waren von der aufstellung her etwas unglücklich teilweise also es gab halt unten den bereichen es gab oben noch eine empore und auf der empore waren halt zum beispiel händler die mir bekannt waren die wurden aber teilweise ignoriert weil man da erst nicht hin kam man ist halt erst mal durch die halle hatte alles sich angeguckt und hat dann wahrscheinlich schon eingekauft und ist erst dann nach oben gegangen und hat oben geguckt wenn man es dann überhaupt gefunden hat es war ausgeschildert aber nicht so überragend gut teilweise gab es dann noch leute die schilder hängen hier das gibt es da oben aber teilweise war es halt etwas unglücklich für die leute das hätte man anders lösen können indem man wirklich die händler alle unten hätte und oben dann eben oder umgekehrt und oben dann entsprechend den unterhaltungssektor das wäre etwas schlauer gewesen und damit hätte man auf jeden fall die ganze sache etwas angenehmer verteilt für die leute wie gesagt umsatz technisch war die convention wohl nicht so stark ich habe auch nämlich viel spaß gehabt es war super cool die cosplayer waren alle ganz ganz toll ich hoffe ihr habt inzwischen das cosplay video gesehen und das making of denn wir durften schon einen tag eher da sein und ich konnte dann einige szenen aufnehmen wie die leute da den aufbau machen ist auch ganz interessant geworden ist jetzt irgendwie so ein 14 minütiges montage video wie die leute da langsam aber sicherheit immer mehr an ihren ständen stehen haben und ich habe auch viel merchandise gezeigt was es dazu schon zu sehen gab also auch für jemanden der wissen will was ist man so oft conventions kaufen kann ist das ein unheimlich interessantes video unbedingt mal reinschauen was habe ich dann noch erlebt in linz also die fahrt war natürlich der horror 14 stunden hin 14 stunden zurück also 28 stunden on tour ist natürlich schon echt eine heftige sache ansonsten war das aber relativ cool die convention selber war ganz toll und nächstes jahr ist die in welz nicht mehr in linz und da bin ich mal gespannt ob ich da auch wieder hinkommen kann mal gucken das ist immer eine frage der finanzen ist immer eine frage ob wir eingeladen werden und wie sich das mit dem hotel ergibt also von daher schauen wir mal ich verspreche nichts aber ich hoffe es wo ihr mich auf jeden fall sehen werdet und das dürfte in den nächsten paar tagen sein ist frankfurt jawohl ich habe das hingekriegt dass ich nach frankfurt kommen kann das heißt ich bin samstag und sonntag in frankfurt wenn ihr also auf der comic con germany seit in frankfurt kommen kann ich habe keine ahnung ihr wisst welche ich meine die in frankfurt halt da bin ich auf jeden fall dabei und renne alleine rum mit meiner kamera und hoffe dass wenn ihr bock habt dass ihr mich dann anquatscht und wir ein bisschen quatschen können oder ein foto machen ich habe auch meine visitenkarte immer mit dabei und drücke euch die gerne dann in die hand da kann ich ja nix vielleicht auch hiervon ein paar karten mit obwohl das dann nur für österreich war aber könnt ihr dann auch haben das geht also alles klar das ist dann gar kein thema ansonsten werdet ihr mich dann erst im mai wieder auf einer convention treffen können und zwar in hannover das ist nämlich auch ganz ganz fest eingeplant da geht es zur mcm star technisch war die convention jetzt noch nicht so berühmt aber wir sind ja da da habe ich auf jeden fall mit chris und mit mark so wie es aussieht den comic toy hunter das geht also los da haben wir hoffentlich auch wieder viel viel spaß wir werden am samstag da sein ich weiß nicht ob wir auch am sonntag da sein werden weil wir fahren direkt aber ich gehe davon aus dass wir vermutlich nur am samstag da sein werden also wenn ihr auf die comic con in hannover fahrt dann rechnet mit uns am samstag auch da immer gerne anquatschen wir sind für euch da wir quatschen gerne mit euch wir freuen uns darauf euch alle zu treffen das ist immer so das ist immer cool und das macht auch immer richtig viel spaß und deswegen anquatschen mit uns ein bisschen reden und ein bisschen spaß haben das macht die convention auch für uns extremst toll was habe ich noch zu erzählen zur convention ihr habt das vielleicht gemerkt in den letzten tagen wurde für frankfurt vieles an influencern und creatoren angekündigt was sind das für leute das sind youtuber die mit convention überhaupt gar nichts am hut haben das sind leute die bei the voice mitgemacht haben das sind beauty bloggerinnen das sind allgemein kleine mini stars teilweise noch nicht mal wirklich leute die wirklich groß sind also du wirst da keinen gronk sehen und keine bibi und du wirst auch ja ich sag's aporet da nicht sehen und andere leute die wirklich inzwischen groß sind bei youtube du wirst da eher die kleineren sehen aber eben die die etwas größer sind als ich das heißt mich wirst du da zwar auch sehen ich bin aber kein geladener gast ich gehöre nicht zu den influencern und nicht zu den creatoren dazu bin ich denen wohl noch ein bisschen zu klein und auch nicht bekannt genug ich habe in keiner casting show mitgemacht und deswegen bin ich nicht da jetzt gibt es eine riesengroße kontroverse drum ist das cool die leute da zu haben und ist das total scheiße bringt das was wenn die keiner kennt dafür sind die dann da damit man sie kennen lernt im endeffekt ist das keine schlechte sache ich würde es schöner finden wenn sie wirkliche nerds einladen würden also ich würde es schön finden wenn sie hier chris talement dabei hätten mich den comic toy hunter und den dark schnägel und starlight und so weiter und so fort also im prinzip die nerds die auf eine convention gehören leute die damit wirklich zu tun haben die das auch schon jetzt seit zwei jahren im prinzip machen und regelmäßig videos drehen zu den conventions das wäre natürlich richtig cool für uns kennt uns dann auch keine sau das ist natürlich klar aber wir hätten zumindest was mit der materie zu tun weil ein beautyblock gut könnte man auch zum cosplay zählen aber irgendwie keine ahnung gamer vielleicht auch gerade noch so aber jemand der bei the voice kids oder the voice germany dabei war ich habe nichts gegen diese leute ich finde das auch völlig in ordnung wenn die da sind das stört mich überhaupt nicht aber die als stargäste anzukündigen finde ich schon ein bisschen grenzwertig vor allen dingen wenn dann das sonstige line up vielleicht nicht ganz so viel hergibt wobei frankfurt durchaus gute stars hat weil sie haben unter anderem den den penguin aus gotham da und diverse andere gotham schauspieler den den butler alfred haben sie da die rechte hand vom penguin ist da die barbara keen ist da also zu gotham haben sie wirklich einige stars eingeflogen und es sind auch welche dazu wenn ich das richtig gesehen habe zu game of thrones und so weiter und so fort es sind schon ein paar richtig coole leute da von daher sind die stars gut abgedeckelt und das ist im prinzip nur ein zusatz das darf man glaube ich auch nicht zu ernst sehen ich finde es ein bisschen seltsam dass die comic con das so groß ankündigt und dass die tatsächlich und das finde ich das paradoxe auf der webseite noch vor den zeichnern stehen das finde ich das finde ich wiederum nicht so geil die zeichner sollten viel viel wichtiger sein wir selber ignorieren das immer auch sehr sehr gerne aber für eine comic con sind zeichner doch eigentlich auch mit fast das wichtigste in meinen augen neben den stars neben dem merchandise und den cosplayern und das wird immer sehr sehr ignoriert deswegen ist das fast ein bisschen schade dass die jetzt sogar noch unter den youtuber stehen ja also das muss man sich mal vorstellen was soll man dazu sagen also so ist das ich bin da ein bisschen zwiegespalten ich finde es okay dass die leute da sind die stören mich da nicht ich muss da ja nicht hingehen wenn es mich nicht interessiert ich finde es nur seltsam dass die die so groß ankündigen und dass sie nicht leute einladen die vielleicht ein bisschen was mehr mit den nerds zu tun haben meine persönliche meinung ihr könnt mir da gerne was zu schreiben in den kommentaren das interessiert mich auch wie ihr dazu steht zu dieser sache ich durchaus interesse daran das rauszufinden zum thema youtube allgemein ihr wisst ja mein kanal ist ständig am wachsen auch dank leuten wie tobinator die immer wieder es nicht müde sind meinen namen zu nennen und mir dadurch neue abonnenten bescheren aber ihr könnt da auch einiges zu tun leute und zwar ist das überhaupt kein thema ihr könnt gerne meinen kanal empfehlen ihr könnt den teilen auf eurem facebook auf eurem instagram in twitter oder persönlich ihr könnt euren freunden von mir erzählen ihr könnt tatsächlich einfach leute einladen die ihr kennt meine seite zu liken auf facebook und so weiter und so fort also ihr könnt unheimlich viel dazu tun dass ich bei youtube noch ein bisschen mehr spielraum bekomme denn für euch ist das auch interessant weil ihr mehr abonnenten ich habe je größer ich bin desto eher kann ich giveaways raushauen und richtig guten content bieten das müsst ihr euch auch einfach mal reinziehen was biete ich euch dafür ja das ist jetzt die große frage was biete ich euch dafür dass ihr mir neue abonnenten verschafft und weiter auf meinem kanal tätig bleibt mit kommentaren und abonnenten und was nicht allen ja ich biete euch wie immer die pop show einmal die woche außer wenn sonderfälle sind wo es entweder nicht viel zu berichten gibt oder ich woanders bin und kurzfristig keine pop show machen kann dann natürlich nicht aber dann gibt es ersatzprogramm und ersatzprogramm ist bei mir kein billiges ersatzprogramm sondern immer gutes ersatzprogramm es gibt weiterhin die comic show da kommt demnächst auch vielleicht ein bisschen was größeres an ankündigung ich mache natürlich weiter mit sachen wie der convention geschichte dass ich halt versuche auf möglichst viele conventions zu gehen um euch da cosplay videos zu zeigen und mit chris zusammen habe ich ja den con tüv gemacht ich weiß nicht ob ich das für frankfurt dann alleine machen soll da muss ich nochmal mit ihm drüber reden was er dazu sagt weil das an sich ein konzept auf seinem kanal ist und nicht bei mir dann gibt es natürlich weiter in unboxings ich habe mir die disney treasures box besorgt die geekfuel wird es auf dem kanal geben die kings loot die degusta box ich muss das ablesen weil zu viele sind die marvel collector score box die loot gaming ist noch auf dem kanal die loot crate ist auf dem kanal vielleicht sogar noch eine loot raider box ich weiß es nicht was alles es ist eine menge zeug auf jeden fall und das sind alles sachen die ihr euch bei mir angucken könnt auch ohren schmäuse sind geplant toy reviews sind geplant ich habe so ein paar sachen in der pipeline sachen die ich zeigen möchte ihr könnt das auch immer ganz gut verfolgen wenn ihr meine ganzen videos so anguckt da spreche ich immer mal so wieder auf themen an ob ihr da interesse daran habt das zu sehen ist halt einfach so dass es da einiges schönes gibt und ich hoffe dass ihr da spaß dran habt und auch noch weiter mit dabei bleibt ich habe noch ein bisschen mehr mic stuff und zwar muss ich euch erzählen ich habe jetzt ein postfach das habt ihr vielleicht in der video beschreibung schon gelesen und ich habe es auch glaube ich schon mal irgendwo erwähnt das heißt also wenn ihr mir jetzt sachen schicken wollt ein brief eine zeichnung ein kleines päckchen irgendwas irgendeine fanpost wenn ihr da bock drauf habt dann könnt ihr das jetzt problemlos tun über dieses postfach das habe ich extra eingerichtet damit ihr mir sachen schicken könnt ohne dass ihr schwer an meine adresse dann kommt schickt mir gerne was ich freue mich über jede sache die ankommt ihr habt ja vielleicht gesehen dass in letzter zeit so richtig viele coole sachen angekommen sind und da hat dann irgendjemand runtergeschrieben ja ich hoffe nicht dass jetzt alle pakete an diesem einen paket gemessen werden ganz klares nein das paket von uwe das war ein sonderfall das ist das was ich richtig abfeiere aber ich feiere auch eine kleine zeichnung ab ich freue mich definitiv und hundertprozentig wirklich echt über jeden gegenstand über jede zeichnung über jeden brief den e-mail schicken wollt ich messe das definitiv nicht an dieser riesengroßen box die mir geschickt wurde das ist ein ausnahmefall das wird wahrscheinlich auch nie wieder passieren und dementsprechend kann man das auch gar nicht als regelfall ansehen und ihr solltet mich gut genug kennen dass ihr wisst dass das auch nicht so ist dass ich das dann alles über einen kam schär und sache also das paket ist jetzt nicht so gut gewesen wie das von uwe definitiv nicht also da braucht ihr keine sorgen zu haben das noch mal ganz ganz klar gestellt weiterhin möchte ich unbedingt den aufruf noch einmal machen wir sind ja die toy hunter und wir möchten weitere folgen mit euch drehen das können wir aber nur dann machen wenn ihr uns eure keller eure dachböden oder eure in kartons verschwundenen sammlungen zur verfügung stellt das heißt also wenn ihr aus der gegend von schleswig-holstein und sag ich mal niedersachsen kommt so in diesem bereich sogar um hamburg rum erstmal das wäre erstmal schon mal ganz nett wenn ihr weiter aus dem süden kommt dann müssen wir gucken wann wir das mit unterbringen aber wenn ihr aus diesem bereich kommt dann meldet euch gerne bei uns wenn ihr einen keller oder dachboden habt wo noch alte toys schlummern oder wenn ihr eine sammlung habt die die weggepackt ist weil ihr das momentan nicht in die wohnung unterbringen können wo man stöbern kann wo man suchen kann wo wir uns durch wühlen können dann könnt ihr euch gerne bei uns melden einfach und das video kommentieren oder im zweifelsfall schreibt mir eine e-mail ihr habt genug möglichkeiten mich zu kontaktieren oder kontaktiert den chris und dann reden wir drüber und dann kommen wir vorbei und machen mit euch ein geiles video richtig cool nostalgie trip in die vergangenheit da haben wir richtig spaß dran und wir füllen unseren kanal mit einer tollen show die leben soll und die nur dann leben kann wenn ihr uns dabei unterstützt also gerne sich melden wenn ihr toy hunter bei euch zu hause haben wollt wir freuen uns auf euch zu guter letzt habe ich noch zweieinhalb bis drei sachen und zwar betrifft das alle die art und weise wie ich euch videos und sachen präsentiere es kam immer mal wieder die frage auf was mit facebook live ist ob ich eventuell zwischendurch sachen machen soll die ich einfach live mache ein vlog jetzt vielleicht nicht aber im prinzip sachen wie frag den mike das kann man natürlich supergut live machen das könnte man über facebook live machen oder man macht das über twitch da bin ich auch schon überlegen twitch streamen habe ich schon gemacht mein rechner kriegt das gerade so hin wenn ich dabei spiele nicht mehr ganz so das reguläre stream wird es mit der internetleitung wahrscheinlich reichen da muss man mal gucken ich habe jetzt momentan noch keine webcam da wird aber daran gearbeitet dann könnte ich eventuell sowas auch machen twitch streams oder facebook live wenn ihr da bock drauf habt da wird es dann halt sachen geben wo ich entweder über bestimmte themen rede oder eben so sachen wie frag den mike und vielleicht wer weiß live unboxing ich würde es halt vorher ankündigen und sagen so jetzt gibt es das unboxing live wenn ihr bock habt seid mit dabei könnte man durchaus machen bei twitch und unboxing wäre doch ganz cool oder regelmäßige streams wenn ihr bock habt würde ich auch hearthstone zum beispiel das funktioniert wohl noch ganz gut abends stream ich bin ein scheiß spieler in hearthstone aber mein gott warum nicht ihr müsst mir das nur sagen ob ihr lust dran drauf hättet auch solche sachen dann würde ich mir das überlegen das zu machen noch ist die zeit da noch kann ich das machen noch bringe ich das mit unter und je größer das wird desto einfacher wird das das zu machen deswegen gerne in die kommentare schreiben ob ihr bock auf solche sachen habt so jetzt habt ihr viel zu verarbeiten ihr habt mir viel zu kommentieren schaut euch gerne nochmal das video komplett an damit ihr auch nichts vergesst wenn ihr mir die antworten gebt genug gefaselt wir sehen uns beim nächsten mal beim nächsten unboxing bei der nächsten pop show bei der nächsten convention show bei irgendeiner von meinen shows oder beim nächsten vlog wenn ihr bock habt macht's gut liebe leute tschüss tschüss